Was geht ab Leute, Zane ist wieder da mit den neuen Spoilern zu One Piece Kapitel 945. Wie immer freundlicherweise übersetzt vom Paraport. Der Colorspread ist das Poster, welches Oda für One Piece Stampede gemalt hat. Rochi ist immer noch auf der Flucht und lacht einfach nur, als er die Explosionen des Kampfes hinter sich sieht. Zoro kämpft weiterhin gegen Kiyoshiro, Zoro ist extremst angepisst und Kiyoshiro hingegen einfach nur eiskalt. Genauso wie wir ihn kennen. Fuku Rokuchu erscheint mit den Orochi Oniwa Banshu und kramt den aktuellen Steckbrief von Zoro hervor. Daraufhin befiehlt er den Ninjas Zoro zu ergreifen. Einer der weiblichen Ninja greift Zoro mit Musik an, ähnlich wie Bruges tut. Sanji wird weiterhin von X-Drake attackiert. Lysup nimmt Sanji Toko dafür ab, um mit ihr zu flüchten. Natürlich, wer auch sonst Auserlöser will abhauen, aber immerhin, Lysup ist der Beste im Flüchten in der ganzen Strohhutbande. Drake versucht währenddessen Sanji zu beißen, der aber ausweichen kann, aber dann von Drakes Dinosaurierschwanz getroffen wird. Drake tritt nochmal nach, aber Sanji kann sich wieder aufrichten. Hawkins konfrontiert währenddessen erneut Law, nachdem dieser zu dem Käfig wollte, in dem seine Kameraden eingesperrt sind. Hawkins schneidet sich selbst, um zu demonstrieren, dass seine Wunden auf Peccoms, Shachi und Penguin übertragen werden, dank seiner Teufelskräfte. Laws Gesicht, als er das herausfindet, sei wohl ein Gedicht. Broke verwandelt sich wieder in einen Geist, um die Ninjas zu erschrecken und Hiyori zu beschützen. Einer der Ninjas schafft es aber dennoch Hiyori zu belästigen, was Sanji während des Kampfes mit Drake sofort wahrnimmt, obwohl er damit beschäftigt ist, den Bissen des Dinosauriers auszuweichen. Zorro rettet aber Hiyori und diese hängt sich verliebt an Zorro, was Sanji schockiert auf lustige Art und Weise. Außerhalb der Stadt kämpft Shutenmaru gegen Kinemon und Inuarashi fordert beide auf, damit aufzuhören. Kinemon legt seinen Kopf auf den Boden und bittet Shutenmaru um Hilfe. Doch dieser schnappt sich nur seine Sage und haut ab. Das verwundert mich jetzt ein bisschen. Im letzten Kapitel hätte ich eigentlich echt gedacht, dass er jetzt wirklich mal der Allianz beitritt. Naja gut, so schnell kann man sich irren. Währenddessen im Gefängnis. Ruffy, Queen und alle anderen im Gefängnis machen das typische Enelgesicht, als sie Big Mom sehen. Für ihren Auftritt gibt es sogar eine Doppelseite, die wohl epochal mega geil aussehen soll. Chopper, Tama, Okiku und Momonosuke haben sich auch in das Gefängnis geschlichen. Okiku macht es hier Reise nach und bindet sich ein Tuch über den Kopf um unentdeckt zu bleiben. Kit und Killer sind noch immer abgetaucht. Ruffy fragt Big Mom, ob sie die beiden aus dem Wasser holen kann, nachdem er bemerkt, dass sie ihn nicht mehr erkennt. Big Mom interessiert sich aber nur für Chiruko. Queen verwandelt sich währenddessen in einen Brachiosaurus mit seiner Teufelskraft, wo er einen extrem langen Hals bekommt. Bam, bam, bam. Und zwar hat Queen von der Drachen, Drachenfruchtmodell Brachiosaurus gegessen. Und so im Nachhinein macht es doch irgendwie Sinn. Man hatte ja immer so diese Theorien mit dem Skorpion, weil er halt eben diesen komischen langen Schwanz hat, der halt aussieht wie so ein Skorpionstachel. Aber im näheren Hinsehen kann man natürlich auch sagen, ja, das könnte auch vielleicht einem Brachiosaurus entsprechen. Eben dieser lange Hals mit am Ende dieser Spitze, beziehungsweise mit diesem Kopf vorne dran. Aber ganz ehrlich, da wäre ich in 100 Jahren nicht drauf gekommen. Hättet ihr das gedacht? Hattet ihr diese Theorie? Schreibt doch mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Wie gesagt, ich wäre da in 1000 Jahren nicht drauf gekommen. Naja, auf jeden Fall sagt Queen dann zu Big Mom, dass es zwar noch Chiruko gibt, aber dass dies alles ihm gehört. Seine Untergebenen schauen sich gegenseitig an, weil sie wissen, dass es eigentlich kein Chiruko mehr gibt. Auf der allerletzten Seite attackiert Big Mom Queen in seiner Dinosaurierform. Sie schnappt sich seinen Hals und rammt seinen Kopf in den Boden. Wow, okay krass. Also man muss dazu sagen, Queen als Brachiosaurus sieht schon mega geil aus. Er hat einen richtig soliden Körper, so wie ihn in seiner Menschenform auch hat. Einen richtig dicken Hals, also richtig muskulös. Und dann hat er halt natürlich immer noch sein Schnurrbart und seine Sonnenbrille auf. Und das als Brachiosaurus sieht schon echt crazy aus. Und dann auch noch mit der Zigarre im Maul. Mega Anblick. Aber als ich dann gesehen habe, in einem dieser Spoiler-Bilder, wie Big Mom einfach seinen Kopf schnappt, BAM in den Boden rammt, habe ich mir echt schon gedacht, wow, ist Queen vielleicht schon am Ende? Wobei ich sagen muss, ich glaube eigentlich nicht, dass Queen so schnell erledigt ist. Ich meine, klaro, wir haben Big Mom als Gegner, einen Yonko, aber trotzdem, auch einer der stärksten Mitglieder einer Yonko-Piratenbande sollte einen Angriff eines Yonkos aushalten können. Ich meine, es wäre schon ein bisschen lächerlich, wenn Queen jetzt für ganz Wano im Grunde am Arsch wäre. So ein bisschen würde es auch echt schade finden, weil Queen ein richtig geiler Charakter ist. Naja, aber sind wir einfach mal gespannt, wie das laufen wird. Auch in den nächsten Kapiteln? Puh, das könnte ein spannender Kampf werden, muss man sagen. Sollte Queen nicht schon tot sein. Wer weiß. Aber, leider muss ich euch enttäuschen, denn nächste Woche wird es kein Kapitel geben. One Piece macht mal wieder eine Pause. Abo oder sei es gegönnt, er legt uns immer so geile Kapitel und so einen geilen Manga hin. Da kann er auch mal eine Woche Pause machen. Naja, das war es auf jeden Fall zu den Spoilern zu One Piece Kapitel 945. Ich freue mich schon mega auf das Kapitel. Ich denke, es wird mal wieder richtig, richtig gut, nachdem ich ja von den letzten Kapiteln eher so, ja, war okay, aber mehr halt auch nicht war. Was sagt ihr zu den Spoilern? Schreibt doch eure Meinung einmal unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer sehr stark über einen Daumen nach oben. Wenn ihr das kleine Video auch mal vielleicht irgendwo teilt und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, wird es Zeit. Drückt einmal auf den Abo-Button, tut euch nicht weh, ist umsonst und mir hilft es sehr, sehr weiter. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch wie immer viel Spaß und haut rein. Ciao.